So, hier seht ihr den Pool von Makadi Oasis, super schön mit Sonnenliegen hier, haben wir Oasis, das ist ein Familienzimmer, hier der Schlafbereich für die Eltern, hier auf der Seite, hier vorne dann Platz für die Kinder und direkter Poolblick. So, das ist nun ein Doppelzimmer Superior im Makadi Oasis, hier ist Platz für ein Kind oder für eine Sitzecke, dann ist hier der Fernseher und hier vorne das Badzimmer. Das ist jetzt der Hauptpool im Makadi Oasis, hier vorne ist dann auch die Poolbar und ansonsten ist hier unheimlich viel Platz zum Liegen, zum Relaxen, hier vorne sind da kleine Rutschen für die Kinder, das ist wirklich super, super schön. Im Moment ist das Hauptrestaurant, die Makadi Oasis. Im Normalfall gibt es zwei Hauptrestaurants und im Moment ist nur das eine geöffnet. Hier geht es dann weiter zu den Zimmern, die ich euch dann auch gleich zeige. So, hier sind wir jetzt in der Lobby von Iberotel nach Kali Oasis. Hier ist die Rezeption. Hier sind dann Sitzgelegenheiten. Und hier hinten ist dann auch direkt schon die erste Bar. Direkt hier eine Lobby, das ist total schön. Zur Begriffung gibt es hier Cocktails. Und hier ist dann wieder die Bar. Die erste Bar. Und die Makadi Oasis sind hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.